Du, wieso heißt das T1 eigentlich T1? Weil es in Tannenlohe 1 ist und weil der ganze Name sonst viel zu lang wäre. Wie ist denn eigentlich der ganze Name? Grenzüberschreitendes Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord. Uiuiuiui, wieso denn so lange? Tja, die wollten wohl unbedingt erklären, was die da machen. Ja, was machen die eigentlich? Hm, also die, das sind vier Menschen, drei Medienpädagogen und eine Verwaltungskraft. Und was die machen, das erkennt man an Jugendmedienzentrum. Also es geht wohl um Jugend und Medien. Hier können Kinder und Jugendliche nämlich was mit Medien machen und lernen. Mit Medien meinen die übrigens Smartphones, Videokameras, Fotokameras, Tablets, das Internet und vieles mehr. Und das Hauptziel des T1 ist es, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz beizubringen. Was ist Medienkompetenz? Naja, ein verantwortungsvoller, aktiver und kreativer Umgang mit Medien. Und wie machen die das? Zum Beispiel geht einer der Medienpädagogen in eine Schule und führt ein Medienprojekt mit einer Schulklasse durch. Oder eine Jugendgruppe kommt ins T1 und kann dort selbst einen eigenen Film drehen. Oder ein Medienpädagoge gibt einem Verein einen Workshop. Das T1 hält aber auch Infovorträge und macht Fortbildungen für Eltern und Pädagogen. Oh, da gibt es aber viele Möglichkeiten. Oh ja, vor allem gibt es ständig neue, weil sich bei den Medien alles so schnell ändert. Und da sind die vom T1 immer auf dem aktuellsten Stand. Da kann man jederzeit um Rat fragen. Aber was ist mit dem Rest vom langen Namen? Ach ja, also grenzüberschreitend, weil sich zum Beispiel auch oft Deutsche und Tschechen in Tannenlohe treffen, sich kennenlernen und tagelang zusammen etwas Spannendes mit Medien produzieren. Da werden viele Vorurteile abgebaut und manchmal entstehen richtige Freundschaften. Und Oberpfalz Nord war das T1 für diese Region die Anlaufstelle für Fragen rund um Medien und Jugendliche ist. Das T1 ist übrigens eine Einrichtung vom Landkreis Tirschenreuth. Träger ist der Kreisjugendring Tirschenreuth. Okay, kann ich auch mal so ein cooles Projekt machen? Bitte! Ja klar, gerne! Wenn du etwas Spannendes mit Medien machen willst, ein Problem oder eine Frage hast oder Equipment brauchst, melde dich beim T1. Die sind auch auf Facebook, YouTube und Instagram. Äh, aber sind die auch nett? Ganz sicher!